Auch für Mila Marinova aus Bulgarien gab es eine 9,90. Zusammen mit Oksanas Kaldina führt sie also im Augenblick, aber jetzt fällt die Entscheidung mit dem Seil. Jetzt kommt die Weltmeisterin Alexandra Timoschenko, die gestern überlegen hier den Vierkampf gewann. Und nebenbei ist auch sie Weltmeisterin mit dem Seil geworden, vor einem halben Jahr in Sarajevo, zusammen mit Oksanas Kaldina. Kann sie näher als 9,90? 18 Jahre aus Kiew, ebenfalls wie Oksanas Kaldina, ebenfalls trainiert von Irina der Jugina, der früheren Weltmeisterin. Schlank, groß gewachsen, 1,64 und etwa 41, 42 Kilogramm leicht. Ja, das war nicht ganz perfekt. Diese schwierigen Gleichgewichtsübungen, die haben sie in sich. Und ein bisschen Coqueterie mit dem Publikum, mit den Kampfrichterinnen. Es wird eine schwierige Entscheidung nach diesem kleinen Patzer, vielleicht auch eine 9,90 und 3 Mädchen auf Rang 1. Wir werden es abwarten müssen. Alexandra Timoschenko aus der Sowjetunion. Und hier noch einmal die Studie. Und das Beugen. Und da verliert sie das Gleichgewicht. Schauen Sie, greift sofort nach dem Seil, damit nicht noch mehr passiert. Liebe, sehr, wiederholen Sie uns die Begeisterin. Schauen Sie, bitte! Vielen Dank.